E-Mobility ist ein großes Thema. Es ist ein großes politisches Thema. Es hat verschiedene Aspekte und ich glaube insgesamt ist E-Mobility und vor allem der Umweltaspekt der E-Mobility immens wichtig für das nachhaltige Zusammenleben auf unserem Planeten. Ja, um das jetzt mal ganz ganz groß zu zeichnen, aber prinzipiell glaube ich ganz fest daran, dass das das Zukunftsthema ist, dass die zukünftigen Maschinengenerationen auch darauf aufbauen müssen aus verschiedenen Gesichtspunkten heraus. Nachhaltigkeit, Ressourcenverfügbarkeit, aber auch bessere Steuerbarkeit. Das müssen Sie auch, Sie können so eine Maschine besser auslegen, besser steuern und Sie haben natürlich die Energie auch akkurater im Griff. Das ist aber jetzt nicht nur die E-Mobility mit dem elektrischen Antrieb, sondern da kommt natürlich das Datenmanagement mit dazu. Dadurch müssen Sie die Daten aufnehmen können, nutzbar machen können und das ist dann auch wieder ein Gesamtsystem, ein Gesamtkonzept. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.